So, also, hallo und herzlich willkommen zu meinem letzten Pack-Opening diese Woche. Jetzt sind alle Team-Of-Die-Year-Spieler draußen und es kommen in zwei Minuten 100k-Packs raus. Oh mein Gott, ich hab schon andere YouTuber gesehen, die haben 99 Ronale gezogen, KSI, 98er Messi. Ich hab während dem ganzen Team nichts getogen. Jetzt hau ich so viele Coins raus, wie nur geht. Ich hab 1 Millionen Coins auf meinem Konto für diese 100k-Packs, die hoffentlich jetzt kommen. Also, es müssten 100k-Packs sein. Ja, okay, wie viel Uhr ist es gerade? Wie viel Uhr? Noch zwei Minuten. Oh mein Gott, ich würde so feiern, wenn ich einen ziehen würde. Okay, noch eine Minute. Oh, ich bin so gespannt drauf. Ich freue mich so. Danach, wenn ich meine 100 Millionen Coins einfach weggewinne, ich will es nachher, ich will es nicht mehr so freuen. Aber komm schon. Ich muss ultra schnell sein. Ich werde aber trotzdem alles angucken, bevor ich... Ich finde es scheiße, wenn man einfach alles in den Verein reinschiebt und dann später guckt. Also werde ich einfach schnell durchgehen. Die Spieler, die ich will, rauspicken. Out-Transfer-Liste setzen. Und dann weitermachen. Komm schon, viel Uhr ist jetzt. Immer noch eine Minute. Komm schon. So, jetzt ist 0 Uhr. Komm schon. Bitte. Sets. Zeigt euch. Wieder aktualisiert. Promo-Sets. 100k-Packs. Komm schon. Überspringen schnell. Ja, hallo? Was ist los? Mach schneller! Es sind nur 75.000. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich hasse dieses Spiel. Schickt. Was habe ich gekriegt? Cesar de V, Melo, Dante, Aids, 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 Aids. Okay, ich brauche gar nichts davon. Abgestoßen und weiter. Komm schon. Mach schneller, EA. Ich habe nicht den ganzen Tag Zeit. Hallo? Oh mein Gott, EA. Mach schneller. Ach du Scheiße. Kauft euch gescheite fucking Server. Was ist denn los mit euch? Gestern war alles down. Heute ist alles down. Komm schon. Hallo, ich würde gerne noch ein paar ziehen. Vielleicht. Ach du Scheiße. Ich habe die ganze Nacht darauf gewartet. Ich habe die ganze Nacht darauf gewartet. Wenn ich jetzt in den Shop reinkomme und nur 100k-Pack deswegen ziehen kann, werde ich so angepisst sein. Schickt. 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 Oh mein Gott. So als riesen Gaming-Firma, man produziert meistgekaufte Sportspiel in Europa, meistgekaufte Sportspiel in Amerika. Aber nein. Server, was sind das denn? Für was denn? Server sind ja assi unnötig. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich würde so ausrasten. Ich würde so ausrasten. Ich hasse diese Firma. Über alles. Oh, ich bin drin. Komm schon. Stell. Ich krieg noch welche. Bitte. Hallo. Könnt ich mein Peck bitte ziehen? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich hasse diese Firma. Ich hasse diese verdammte Firma. Hallo. Ja, schickt. Geiles Ding. Dürftest du schon mein Peck haben? Gott, E-Aids. Einfach nur E-Aids. Schickt. Oh mein fucking Gott. Den hab ich jetzt gezogen. Niemand, 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 niemand. E-Aids, E-Aids, E-Aids. Alter, schon wieder ein paar E-Aids. Komm schon. Ja, oh mein. Hast du diese Firma? Lass mich in die Scheiß verdammten Shop rein. Geiles. Ich muss wieder warten. Dann versuche ich doch ein Set zu öffnen. Und dann werden mir einfach alle meine Spiele gezeigt. Einfach assi hässlich. Aber wenigstens kann ich die Packs jetzt öffnen. Ich würde gerne Packs öffnen, ne? Weißt du, da will man schon EA. Geld in den Arsch schieben. Und die lassen es noch nicht mal zu. Weil die einfach die schlechtesten Server der Welt haben. Vielleicht klappt es dieses Mal. Schickt, alter. So, wen habe ich jetzt gezogen? Schon mal ein Hummel. Das ist nicht schlecht. Das ist ein falschen Hazard. Oh mein Gott. 300 Kpix und nur Scheiße bis jetzt. Ich lasse diese Firma. Ich lasse diese Firma. Ich habe schon so oft gesagt, ne? Aber es ist jetzt 10 nach 0. Und es funktioniert immer noch nicht. Ich habe drei Packs gezogen. Bester Spieler rum ist. Ach du Scheiße, Mann. Lass mich in den Scheißverdampfens-Shop rein. Ey. Und genau, wenn ich das sage, bin ich drin. Mal gucken, ob ich jetzt ein Pack öffnen darf. Ich bezweifle es irgendwie. Oh, was ein Wunder. Oh, ich bin wieder drin. Es sind schon 25.000 Packs runtergegangen. Oh, endlich könnte ich am Pack öffnen. So, übersprungen Ronaldinho Basagli. Oh mein Gott. Wieder nur Scheiße. Oh mein Gott. Was wir eigentlich gerade ziehen. Das war Pack Nummer 4, glaube ich. Komm schon. Ein bisschen schneller. Ich würde so gerne einfach schnell meine Packs öffnen. Ja, oh mein Gott. Ich könnte so ausrasten. Ich könnte so ausrasten. Mann. Hey, holy shit. Endlich komme ich mal durch. Ein kurzer Pack. Was ziehe ich denn schönes. Oh, eine In-Form. Eine In-Form. Okay. Endlich war was halbwegs gescheitest. Das sind auch Benzema. Oh, kurz war. Das ist nice, Alter. Und Herrera. Und Herrera, er ist scheiße. Aber wenigstens mal in Form. Okay, okay. So kann es weitergehen. Und jetzt wieder Aids. Oh, jetzt noch ein Pack. Übersprung. Oh mein Gott. Oh mein. Oh mein fucking Gott. Ach du Scheiße. Ich weiß selbst mal, wer mein besserer Spieler war. Ich habe selten so ein Scheiß-Pack gezogen. Oh, ich sitze hier schon seit 35 Minuten oder so. Also ich muss ja hier ein bisschen sitzen. Vor die Packs rauskommen. 500k verschwendet. Nur Aids. Ey, noch ein Pack. So. Was habe ich hier denn für Scheiße gezogen? Oh, Neymar. Oh, Neymar. Oh. 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 Oh, nein. Es ist für Scheißegal. Das ist alles vom Heck. Es ist für Scheißegal. Es ist für Scheißegal. Alter. Team wieder hier. Team wieder hier. Jawohl. Lahm. Und. Ich nehme alles zurück, was ich vorhin gesagt habe. Neymar. Castro. Und Lahm. Team wieder hier in einem Pack. What the fuck. Ach du Scheiße. Das ist für Scheiße. Ja, Mann. Das ist für Scheiße. Fuck hat es wehgetan. Au. Wie viel ist Lahm wert? Wie viel ist diese geile Schnitte wert? Ich habe mein ganzes Geld wieder zurückgewonnen. Ich habe mein ganzes Geld. Ja. 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 Das ist nicht mehr so viel wert, wie er mal war. Ich nehme ihn trotzdem mal mit. Und sonst. Die hier. Oh mein Gott. War das ein Scheißpack. Oh mein Gott. Okay. Egal. Ich höre damit auf. Was habe ich so gezogen? So. Costa. Willian. Team wieder Lahm. Neymar. Castro. Benzema. Courtois. Herrera. Hummels. Und Remi war von vorhin. Lahm. Neymar. Castro. In einem Pack. Alter. Ach du Scheiße. Wie geil. So. Ich hoffe es hat euch gefallen. Wenn ihr neu seid und drückt abonnieren. Wenn es euch gefallen hat. Dann drückt halt gefällt mir. Wie man es so macht. Ähm. Morgen kommt dann die erste Folge von meiner neuen Serie. Leiterspiel. Wo2Glory. Und ja. Dann bleibt eigentlich nichts anderes zu sagen. Außer ciao. Und bis zum nächsten Mal.